Bauchschmerzen, Durchfall und Blähungen. Papa hat ständig Pupf. Aber dann wurde mir eine Apotheke Kijimea Pro empfohlen. Meine Darmbeschwerden sind wie weg. Kijimea Pro. Mehr auf kijimea.de Herzlich willkommen zu Adhoc24 am 29. Januar. Hinter jeder Apotheke, die schließt, stehen berufliche Existenzen. Im vergangenen Jahr sank die Zahl der selbstständigen Apothekerinnen und Apotheker erstmals unter die Zahl von 13.000. Innerhalb von nur drei Jahren haben somit mehr als 1.000 Inhaberinnen und Inhaber aufgegeben. Der rückläufige Trend bei den Selbstständigen hält schon seit Jahren an. Im Vergleich zum Jahr 2000, als es mit 21.592 die höchste Anzahl an selbstständigen Apothekerinnen und Apothekern gegeben hatte, ist ein Rückgang um 40% zu verzeichnen. Dass der Rückgang der Apothekenzahlen insgesamt gerade an Dynamik gewinnt, hat mit der Filialisierung zu tun. Eingesetzt zwei Auffassungen. Die Barmer hat in puncto Rezepturtaxation eine andere Auffassung als der deutsche Apothekerverband und macht dies in einem Brief deutlich. Anteilig abrechnen und Einkaufsnachweise aufbewahren lautet die Empfehlung. Gemäß Arzneimittelpreisverordnung zieht die Apotheke für den AUVP den Apothekeneinkaufspreis der erforderlichen üblichen Abpackung heran, berechnet den realen Einkaufspreis der Packung in voller Höhe und rechnet diesen entsprechend ab. Von anteiliger Abrechnung ist keine Rede. Doch genau diese Auffassung teilen der GKV-Spitzenverband und die Barmer und empfehlen den Apotheken, die Einkaufsbelege zu dokumentieren. Nur die zur Herstellung der Rezeptur erforderliche Stoffmenge dürfe berechnet werden. Restmengen könnten schließlich für die Herstellung nachfolgender Rezepturen verwendet werden. Einem 38 Jahre alten Mann wird seit heute vor dem Kölner Landgericht unter anderem schwerer Betrug bei der Abrechnung von Corona-Bürgertests vorgeworfen. Durch seine Taten sei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein ein Schaden von rund 19 Millionen Euro entstanden, erklärte die Staatsanwaltschaft zum Prozessbeginn. Darüber hinaus warf ihm die Staatsanwaltschaft Steuerhinterziehung in Höhe von rund 114.000 Euro sowie das unberechtigte Tragen eines Doktortitels vor. Auch Untreue zulasten mehrerer Unternehmen wurde ihm zur Last gelegt. Ist Schoki für FIP der richtige Anreiz, um pharmazeutische Dienstleistung zu stärken? Die Rücklagen beim Nacht- und Notdienstfonds für PDL werden bisher kaum abgerufen. Die ABDA hat kürzlich eine Kampagne gestartet, um insbesondere PharmazeutInnen im Praktikum zu animieren, hier stärker tätig zu werden. Besonders Engagierten wird derzeit ein Paket Schokolade für das gesamte Team in Aussicht gestellt. Dieser Wettbewerb ist laut den Betriebskrankenkassen völlig fehl am Platz. Man hätte sich für die Aktion zumindest eine andere PDL aussuchen sollen, als die kritisch zu sehende Dienstleistung Blutdruck messen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.